ok erstmal in die bodenlose kiste da haben wir ja wieder zeug was wir noch einsortieren können oder ja jede menge zerbrochene schwerter von unserem farben gerade eben feuer bastelschwert brauchen wir zurzeit auch nicht genau die ganzen späre hier brauchen wir auch nicht so und dann haben wir jede menge noch leder großschilde soweit ich weiß ja zwei ok gut silberschild brauchen wir gut hätte ich vergessen so und dann geht es hier hinaus denn jetzt geht es endlich zum boss fight von annor london ja und zwar werden einige die dark souls kennen sagen dass das hier jetzt eine der schwersten boss fights überhaupt wird deswegen habe ich mich auch gut darauf vorbereitet hoffen wir es jedenfalls sehr mit meinen 25 stärken 25 geschick und 20 leben oder vitalität reicht das hoffentlich mehr ausdauer wird zwar nicht schlecht aber das muss passen so jetzt müssen wir aber erst mal wieder reinkommen in die festung das dürfte aber kein problem sein weil wir ja das haupttor geöffnet haben also können wir wahrscheinlich einfach ein marschieren wieder die riesen treppe und ja das tor steht sperren weit offen für uns ich dachte mir schon meinen bogen erst mal müssen wir die beiden jungs hier am anfang loswerden auch der wird schon etwas aggressiv schießen wir ins bein ja bei denen merkt man auch dass die geschicklichkeit etwas gebracht hat wir machen ein bisschen mehr schaden und die dämonen wollen zum spielen mitmachen total leerer lebensbalkon das können wir ja nicht auf uns sitzen lassen so schießen wir genau bei dem kopf wechseln mal kurz auf den falten ring damit wir schon weiter schießen können die jungs würde ich gerne weg tackern genau 56 schaden ist doch ganz ordentlich so laufen wir jedenfalls nicht in gefahr hier gleich zu sterben wenn ich ihm in den rücken schieße macht das genauso viel schaden also ja sentinels sind große laufende blechbüchsen den macht der schaden egal wo wen machen immer gleich viel so gut das dürfte reichen an sentinels weg ballern den letzten holen wir uns dann so aber erst wenn wir uns den schwarzen ritter äh den silbernen ritter da oben gekrallt haben da der dann doch ein bisschen lästiger ist als der sentinel der uns hier gleich folgen will wenn wir den schwarzen ritter nicht treffen ist das sogar noch schlechter vor allem wenn uns der sentinel auch direkt im nacken sitzt ja genau springen darunter ich halte mich mal kurz mit meinem talisman und dann komme ich dir nach dann können wir beide uns mal unterhalten weil so geht das nicht das ist äh ja das ist unfair wenn du so auf leute einhackst während sie während sie mit anderen beschäftigt sind ja genau mach deine drucknova da bin ich schon längst weit genug weg und ja stelle ich in die mitte des raumes dort bist du gut aufgehoben ah gegen deine drucknova habe ich ihn gegen etwas komm mach nen schildschlag komm ich weiß dass du es willst ja genau hey nicht so zuhauen das ist das ist doch doof genau machen schildschlag sehr schön damit sind wir nummero 2 los und können jetzt den ring wieder wechseln auf den blitzschutz ring auf den donnersteinplatten ring dem werden wir nämlich jetzt den boss brauchen können aber wir holen uns noch hilfe kaum so leer phantom hitters so leer gerufen jawohl so leer er ist da vorne runtergefallen ah das mag ich nie wenn er runterfällt und dann gleich lebenspunkte verliert aber damit muss ich wohl klarkommen na komm so leer auf ins verderben und erst mal in eine cutscene drachentöter ornstein otenka smauke das schlimmste duo was sich darken was sich lord man vorstellen kann und wir gehen erstmal auf den dicken los das ist nämlich der gefährlichere von beiden im allgemeinen so immer auf unsere ausdauer achten nein nicht auf ornstein auf smauke losgehen wow smauke ist nämlich obwohl er ziemlich dick ist ziemlich beweglich was ungesund sein kann für uns okay so leer prügel zwar äh ornstein ordentlich runter aber wir sollten trotzdem gucken dass genau zuerst fällt so genau weil es ist relativ egal wen und wie weit wir sie runter prügeln wenn einer von beiden stirbt kommt die cutscene so und der andere absorbiert die kraft des toten und geht in den enragemodus und ja das ist das miese an der sache enragemodus bedeutet nämlich volle lebenspunkte für den anderen und ziemlich viel mehr umf wir werden so leer wahrscheinlich verlieren genau weil der ihn jetzt gerade aufspielt äh wir keinem schaden machen in der zeit so aber jetzt äh ja genau jetzt ist so leer nämlich tot und jetzt stehen wir uns big ornstein alleine gegenüber so und wir sollten definitiv aufpassen dass uns sein blitzding nicht trifft ouch ich sag's grad noch aber nein genau hinter der säule verstecken ist immer eine gute idee und dann aufpassen was er macht wow genau denn er ist ziemlich flink auch wenn er riesengroß ist was sein das hauptproblem bei ihm ausmacht eigentlich ist die beste taktik immer um ihn rumlaufen und hoffen dass er einen nicht trifft trifft genau und wenn er das macht weit zurück gehen und bis er aufsteht eigentlich eine verpassen wow das hat mein Schild leider nicht ausgehalten aber zum Glück habe ich genug Ausdauer aber genau und wenn man zu weit weg von ihm geht macht er solche Blitzspeere die äh nicht schön sind vor allem die dicken nicht so hinrennen und dem einen verpassen au äh in Deckung gehen man merkt er ist flink obwohl er so riesig ist au und die Seite ist nicht immer unser Freund das kann uns ziemlich viele Flakons kosten ihn ihn down zu kriegen man merkt wow wow das war knapp man merkt wir treffen ihn auch gar nicht mal so gut außer mit einem Sprungangriff jetzt au und ja wir sollten immer gucken dass wir so viel Leben wie möglich haben wenn wir uns mit ihm anlegen weil seine Angriffe ziehen doch gut das Leben ab ja triffst du es nicht aber wir dich auch nicht wow Blitzangriff und dann springt er weg ja normalerweise ist au der Blitzsprung die beste Methode ihn zu treffen aber er ist oh das war ein Fehler aber er ist teilweise viel zu schnell wow und ja es ist gut dass ich dieses Schild hier habe au auch wenn mich das Schild nicht vor dieser Attacke schützt äh ja trinken und wieder nah an ihn ran wow genau und weg und ihn machen lassen ouch ah Böller sind nicht gut außer er schießt natürlich in die total verkehrte Richtung jawohl da haben wir ihm jetzt ein paar verpasst und jetzt verpasst er uns wieder eine äh nein das war nicht so toll genau aber diese Phasen können wir nutzen weil er trifft uns hier hinter nicht mit seinen Fernkampfattacken ja ausgewichen ah unter ihm zu stehen bei der Attacke ist immer ungesund äh okay wegrollen heilen kein we 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 Vielen Dank.